ja hallo freunde und willkommen bei tiny troopers im kleinen lustigen spiel das ich mir letztes wochenende zu einer aktion gegönnt habe für 1 2 euro und ja wir schauen mal zusammen rein bisschen habe ich schon geguckt aber nicht wirklich viel und zwar hier in diesem mode aber ob die kümmern wir uns gar nicht wir gehen in die kampagne und schauen uns mal was das spiel so zu bieten hat ist einfach eine gute laune spiel zum spaß haben wenn man gerade nicht weiß was man sonst machen soll wir klicken hier mal auf den punkt pappkameraden umballern oder was okay das hier geht doch leicht mit dem bootcamp das immerhin wird jetzt von mir ach so sollte man vorräte bla 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 ach so kauft man vorräte ja dann hier herr mit den granaten die lieferung okay auch für mich gefährlich die sitze die wussten schon dass der fanny spielt okay was willst du lauf über sammler objekt habe ich ja gemacht eine information eingeben was ja 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 ab zum tisch da ja schon ordentlich ihr in naturtalent auf die hütte gibt mir gegner hier wenn du die karte ach so soweit gibt es auch noch eine karte ist ja auch unvorstellbar ab geht's ja 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 wäre ja voll das spiel für magnum ja lass mich was machen schwierigkeitsgrad fehlen nehmen wir die goldene mitte schief und tommy so ich habe kein geld also muss ich mir das unterwegs kaufen ja zack ab in den hubschrauber tötet die feindliche infanterie das kriegen wir noch hin ja das hier ist jetzt kein spiel mit dem ich euch dauerhaft quälen werde das ist natürlich nur eine kleine angeschaut folge aber ich fand es so cool dass ich euch deswegen es einmal zeigen musste ist eigentlich sehr unterhaltsam das spiel ok also kein feind doch ein feind sagt ok b b b b ja krizenpaar sag gut also jetzt alles der feind naja okay das war schon die feindliche infanterie es gibt ja gar nicht ja missionserfolg lesen habe ich gar keine lust ich kaufe mal irgendwas der schaubobord bringt hat mein kauf ok ich habe jetzt gar nicht auf granaten ich habe doch keine granaten gekauft naja shit happen äh nein bin ich natürlich nicht jetzt sagt so abmarsch hier mini soldaten action ja man klickt sich in wolf in dem spiel ok minen und sagt oh das noch mehr granaten da schießt wer auf mich ok wir schnappen uns die medaille nee 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 ja Naja mh guckerte guckerte ha ha o einer der freine avi Aua, hat geklappt. Jawoll, Evakuierungspunkt erreicht, Sir. Ja, freut euch, freut euch. Ich tue es auch. Ja, irgendwie finde ich das Spiel total lustig. Ah, ich kriege einen neuen Mann dabei, okay. Ah, okay, wir können auch unsere Truppen hier aufrüsten, oder wie sehe ich das? Gut. Ah, mit den Hubschrauber. Eine machen wir noch. Oh nein, beschütze die Journalisten. Das ist ja was, was in die Hose gehen kann hier bei mir. Ja, mal ein gefährliches Hühnchen. So, wo lange müssen wir denn überhaupt hier? Hier lang? Nein, 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 schnell hoch da. Oh, die kommt von allen Seiten. Nein, ein Journalist ist schon tot. Ich bin kein guter Bodyguard. Komm, Journalist. Warum nur, wo einer hin ist, muss nicht stehen bleiben. Ah, er will nach da, okay. Pfui, ist das Spiel gemein. Ja, Feuer, aus damit. Feuer! Feuer! Feuer, Will! Let's rock! Okay, noch lebt mein Journalist. Aber die Hälfte der Mission habe ich schon verkackt. Muss man hier mal leider so sagen. Schneller, 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 läuft. Nicht auf den Schiefen, nicht auf den Journalisten. Dann schieß doch ums. Boah, stressig ja. Der läuft weiter. Da muss eine Medaille, die ich noch holen wollte. Einer meiner Jungs hängt fest. Oh, jetzt komm, du Pfeife. Hier, zack, zack, im Gleichmarsch. Ziel erreicht, okay. Na, wollten wir das Abzeichen noch holen. Naja, Sieg ist Sieg. Wird halt nicht so viele Punkte geben. Ja, das Spiel werde ich wohl mal mit meinen Jungs spielen. Das ist echt schon so geiler Stuff hier. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, aber ich komme euch jetzt hier zum Hauptmenü. Tiny Troopers. Ich schmeiße euch natürlich den Streamlink und alles weiter. In der Videobeschreibung war nur mal ein kleines Reingeschaut. Ihr seht, hier gibt es viel mehr. Ich weiß, auf Kampagne, es gibt Missionen, Extras und vieles mehr. Ist auf jeden Fall lustig. Und wie gesagt, in der Aktion war es sehr erschwinglich. Ich weiß nicht, was es im Moment kostet. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch an. Könnt ihr mir gerne mal was zu dem Spiel schreiben. Vielleicht kennt ihr es ja selbst auch. Oder habt ihr es schon gespielt. Oder ja. Wollt ihr mir sonst irgendwas mitteilen? Und in dem Sinne sage ich, wie gewohnt, haut rein und bis die Nächte.